Geister Klingel-Tone ever! Ja und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Let's Play mit dem unfähigen Maxi Na ernsthaft, das ist mein Klingel-Ton also Er schafft? Ja, das war so geil in die hoogstbegegessen Tankstelle rein, gell, wo ich mein PSF-Carton Ich stell so an der Kass, Handy, maximale Lautstärke, auf einmal klingelt mein Handy und dieser Nuklear-Alarm geht los Olli, ich schau nicht einfach wo Und du stellst drin, denkst dir so, fuck, was ist das? Und so, wo ist du? In der Taschen greifen, aber die ist wieder am Reißverschluss zu Und du brauchst erstmal halbe Minuten, bis der Handy hier raus ist Und dann so Uuuuuhhh Geil Aua Richtig, richtig Opfer Ja, Alter Kommst du, kommst du jetzt echt auch mal wieder? Ja, ich will bloß kurz den Texte-Effekt neu installieren, weil das irgendwie abgeschnürt ist Aha, ob ich das wollte ich nicht Aber nochmal Kaktusen Oh ja Ja Vor allem Ich hab ja so einen Ja, okay Einen Launcher Weil Und da werden immer noch meine alten Skin anzeigt, komischerweise Ach ja, zum, 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 für die ganzen Mods und so, oder? Ja, also ich nehm Craften Terminal her, das ist ja kostenlos, also, ja Und Jetzt kriegen wir Geld Bei mir war das halt so Ich hab damals Flensmatten installiert, ne Da war irgendwie Probleme jetzt Habe ich mit Craften Terminal nur Flensmatten installiert Die anderen Mods installiere ich selber Und das funktioniert eigentlich ganz gut so Ich hab da Opti-Veränderung, das reicht mir vor der Kram Ja, ich hab ähm Wo ist eigentlich meine Hose in Ich glaub du hast meine Hose geklaut Oder meine Hose ist kaputt gegangen Ja, wenn deine im Arsch ist, in der Kiste liegt noch eine von mir drin Die hat irgendwie In welcher Kiste? In dem Lager oder noch draußen? Äh, ich weiß nicht, ich glaub da bei den Öfen oder so Aber ich weiß nicht, ob ich die schon hergenommen hab Weil ich hab mir eine reingelegt Aber ich glaub die hab ich jetzt gestern, nein, heute Hab ich die jetzt hergenommen Weil da war Schutz 1 drauf Und ich hab noch mehr eine verzaubert Für Schutz 2 Okay Ja, wir haben jetzt noch äh Fünf D-Mann, das heißt wir müssen auf jeden Fall Bald Farming gehen Mal Vor hab ich's ja ungefähr in der Sechzigsten Folge oder so Ey, was ist das? Bugscraft, die will ich jetzt entsprühen Warte, aber ich Scheiß Ich Warte, 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 warte Ich baue das jetzt gleich mit den scheiß Blöcken da, Alter Weil die mich das jetzt so ankotzt Jo, es geht Ich bin glücklich Ich wollte zwar eigentlich diese Folge einen Hühnerstall bauen, aber Jo, das Text-Effect war glücklich Das hab ich früher immer gehabt Okay Und ja Piston 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 Jo, ich hab einfach diesen Loading Screen Und ähm Mich herrschen wieder bloß diese Pigments Jo, jo Nein, ihr Bescheid, aber ich sieg nix Ich sieg nix Aus Was Was denn? Ist das? Dieses Bugscraft ähm Bei diesem Netherrack, der bewegt sie Geil Ich fühl mich grad wie wenig was, was ich auf LSD Tabletten gefressen hätte Du laufst rum und der Boden bewegt sie Du fühlst sie einfach Die Lama bewegt sich auch nicht, oder? Geil, echt Der Boden bewegt sich Ja, was jetzt? Na, es bewegt sich schon was, aber ne wirklich viel und ähm Ich fühl mich grad so wie er ähm Auf LSD Ja, so richtig hard so Äh Ähm Äh LSD Bist immer auf LSD, das weiß ich Das solls mal Das solls mal Das solls mal Das solls mal Ich hab's explramer Die Mutter hat zwar gesagt, du solls mal zu wenig LSD Tabletten nehmen Was ist denn jetzt wieder los? Oh, das war jetzt gar nicht so lustig, weil ich es nicht gehört habe. Ach, komm schon. Shit ist Skype oder Shit Internet. Hallo. Hallo. Ja, natürlich. Oh, das liegt echt. Kann sein, dass es wirklich an meinem Internet liegt. Ich weiß es einfach nicht. Ich dachte du magst TS nicht. Aber dafür brauchen wir einfach einen TS-Server. Vielleicht brauche ich noch mehr Redstone. Das ist Minecraft natürlich wieder leise. Ach ja, das hast du ja leider nicht mehr gehört. Deine Mutter hat gesagt, du sollst weniger. Das Ding nehmen. Wie macht man das jetzt nochmal? So und so. So. Hey, wie macht man nochmal? Boah, ich bin einfach zu dumm, Alter. Ich kann so viele Rezepte, Rezepte, aber manche kann ich einfach nicht. Warum nicht? Oh. Tja, Pech. Die hast du doch auch, oder? Ja, aber mir stand es nicht. Oh, ich riege das auch auf. Tja. Mal schauen, ob das reicht, was ich so froh habe jetzt. Ha! Ha! Das brauche ich ja gar nicht so. Passt auf. Ich mache so. Dann mache ich einfach so. Schau, ob das funktioniert. Warte, boah. Hast du meine Schere eigentlich? Äh, ja, müsste ich noch haben. Ne, Schere habe ich nicht mehr. Oh, geil. Mein altes Texture Pack war also auch John Smith. Das war Opti-Fan-Kontakt eben. Nein, jetzt laufen wir wie dieses Fenster. Wie dieses Fenster? Ja, operatisch. Das ist richtig. Sollten. Mh. 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 Die Schnauze. Mh. Das wenigstens. Mh. Mh. Sehr schön, danke. Das ist schön. Wieso geht das denn aus? Nein. Sag's. Oh, bin ich zu böse. Mach ich das am besten? Okay. Ja. Ja, ich schreibe was ich mach. Also nein, das ist okay. Das ist gut. Ja. Du schriezt mich? Ja. Lass mich aus, wenn das durchgreifen. Ich mach nur die kleine Schroren auf. Dann muss ich schon die kleine Schühne haben. Ich muss gleich schrsch nehmen. Nein, du sollst nicht raus sein du! Oh, wo kannst du rein hin? Nein, das ist Fünnchen! Nein, das ist Fünnchen! Nein, das ist Fünnchen draußen. Gib vor mir gerade deine Hilfe du. Wern doch mal rein. Ja, rein mit, rein mit, rein mit. Ja. Ich hab nur nicht mehr verlegen, weil wir oder wo sie jetzt fangen. Ich weiß nicht mehr. Nein, das zieht du mir raus. Nein, dann fährt man ab. Oh, dann komm mit. Komm jetzt. Oh, irgendwie, ich muss doch auch mitkommen, verdammt. Was ist denn, komm mit? Ja, du musst jetzt überhaupt noch was so hoch tun. Ach, überhaupt. Na, komm, Möchen. So sieht das aus. Komm, komm, Möchen, verdammt, geh rein. Oh, ich hab's schlafen. Ich nicht, komm doch jetzt. Nein, das ist anders hier von mir. Ach, verleiht man. Was ist das eigentlich? Ja. Also, halt, ich arbeite mir dann zwei Sachen vielleicht. Ja. Also, richtig, mach ich an, ja. Also, mach ich an, ja. Mir fällt sofort nicht ein. Ich auch noch. Gut, wir gehen jetzt noch mal pennen. Und dann, beende ich noch mal die Folge. Beende ich noch mal die Folge, Alter. Ich beende einfach die Folge. Ja, so richtig hart. Böse. Ich willst du, Alter. Leute, ich muss das jetzt einfach sagen. Also, Maxi und ich haben jetzt gut für zwei Wochen einfach Folgen geproduziert. Ich müsste einfach nach zwei Wochen nicht mehr zocken. Ja, müsste. Müsste zocken vor allem, gell. 30 Minuten später. Ja gut, weil ich geh jetzt noch spennen. Dann beende ich gleichzeitig die Folge. Dann beende ich wieder. Überhaupt nicht. Okay. Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Oder? Vielleicht. Okay. Und würde mal sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Also dann, hallo, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.